hallo und herzlich willkommen zu einer neuen aufnahme mass effect andromeda ja wir waren hier gerade aus diesem loch raus gestiegen wie auch immer und werden uns jetzt darum kümmern einen ort zu suchen an dem an einem einen außenposten zu suchen mit geeignetem standort ja das ist hier die markierung was ist das da oder das oder das der abbauzimmer reich ok also ihr seht die karte der planet hat noch einiges für uns offen wir haben uns aber erst mal auf die weg ich mag dieses Fahrzeug das hat mir bei drei gefehlt erst mal flack fahren ja pathfinder is enough to tip the balance nice work here they come ich glaube ich hatte ein bisschen tun mit dem ja hier on top cat ahead they appear to be fighting okrogan is that drack radiation within safe levels die natur die hat die 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 Okay, so man, Kreeg, gut! Got ya! What are you up there? That's it, kid! Keep it up! Good one! Easy. Good one! Level up! That fight was... fun. You're telling me? You could really handle yourself, kid. And I hear you're the one to thank for clearing up the sky. Had your number all wrong. You're not so bad yourself, old man. Maybe we should work together after all. This fight was pretty good, but you're still Nexus and Green is a Drell. So, if something tells me you've got potential, be ashamed to waste that. I'm in. Just point me to your ship and try to keep up. And try to keep up. This is gonna be great! The first colonists sent audio logs about these regions back to the Nexus. And? The first colonists sent. The last colonists sent. The last colonists sent. The last colonists sent. Oh Gott. Boah. Wenn ich das Team jetzt nach Meinungen frage, dann sagt der eine, ja natürlich Militär und der andere sagt Wissenschaft. Wissenschaft. 100 pro. Das war so klar. Boah. Das ist so lächerlich. Fies. Ich, ich, ich bin ein Mann der Wissenschaft. Wir machen das so. Prioritize research and discovery. That's our foundation. And our future. Orders prepped. Ready on your signal. Ah, bin ich ja mal gespannt. Andromeda Initiative. This is Ryder. Pathfinder. Eos is ready for deployment. Copy that. Outpost block inbound. And ready as hell. Woo. August Bradley. Operational head for this block. Mayor now, I suppose. We're ready to make the most of what you delivered. It took a lot of people to get us this far. That's the work you'll continue. I hear that. Brodromos. That's what we're calling her. They're eager. They're eager. I haven't seen eager for months. Eos is far from golden. But now it's a producer. A real and reasonable first step. They think you did the impossible. The Nexus. I warned them. Hoping was irresponsible. You proved me wrong, Pathfinder. I appreciate your candor. We're all on the same side. I wouldn't go that far. Hm. The reality rider. You brought us time. But one outpost on a longshot planet won't stop us from starving. Ach, jetzt tut sie wieder. You already have a lead on something else? The navpoint from the vault. Now it gets complicated. The others are ready to officially sanction your efforts to be a part of your success. We all want the initiative to succeed. But after failing for so long, no one agrees on how to do it. Be aware. That's all. Hm. Streitereien sind sinnlos. We didn't come to a new galaxy to argue about who's right. It got us this far. Talk to Bradley. Later, we'll go over the extended job of Pathfinder. Until then. Tan's waiting on the Nexus. Heh. Hm. Der Eos-Strahlung Zeit geben sich aufzulösen. Wow. Ich verstehe auch nicht, warum man den Alten nicht quasi mitverdämmt. Alten Außenposten. Na man. Hä? Warum tut es ihm leid? Hier ist echt Bewegung. Der nächste kommt. Super. Nicht schlecht. Ein bisschen übertrieben, was die in zwei Minuten hier aufbauen, aber hey, okay. Was tust du da? Und Ryder, neugierig wie sie sind, lesen sie das hier bestimmt. Hi. Nicht schlecht. Hm. Gehen wir schon zur Tempest? Gehen wir mit mir reden. Gehen wir mit mir reden. Jacob Mitney, Forschung und Entwicklung. Mein Team ist hier gerade aufbauen, aber wir haben eine Entdeckung, die ihr möchtet sehen. Wie ist er? Wie ist er? Wir haben eine Entdeckung, um ein Blueprint zu erhöhen, um deine Armour zu erhöhen. Wir sind jetzt aufbauen. Wenn du die Necessary resources aus dem Ort aus dem Eos auskennen soll, funktioniert. Das ist gut. 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 was hast du mitnehmen da schwebt was was schwebt da erinnerungsauslöser ok damit haben wir ein weiteres ziel wir haben hier noch das fluoride drauf ich hoffe alle die Wissenschaftler wird sicherlich hier wir kamen um zu erforschen und lernen das wir sind ich frage mich, was ein Wissenschaftler Mayor Bradley Pathfinder, gut zu sehen wir sind wie alles, dankbar zu dir ein bisschen kalt, aber wir können it's worth it when it's your own ich könnte ihnen nur ehrliche berichte oder überlasten sie die Leute um let's not drive people too hard rough enough getting this far nothing you see here came from cracking a whip everyone is just ready you go do what you need to on the Nexus follow that dot there will be more to do on EOS later some key positions Connor Supply Ramirez Medical Abrams Science Fox Engineering with them and my major domo we won't end up like site one and two ok I combed the first two outpost attempts those people died trying and they deserved better from the Nexus that's where I point the finger we'll remember you change this planet but that doesn't make it easy we'll use the efforts of those who went before good people every last one I'd have been honored to fail with any of them looking back isn't a good use of time we have to keep building keep is generous we have to start real building not just survival oh and Pathfinder this is for you it's our flag hang it where the Nexus can see it's touched the soil of our first outpost in Andromeda make it real ok 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 I'll just take a moment to see a little bit a little bit a little bit a little bit Pathfinder over here Pathfinder Major Domo Evan Bell Scott I have headaches so you don't have to rather so Bradley doesn't have to I've also coordinated with your cat expert he wanted me to remind you to find him I didn't assign a cat expert to Crodromos he's a hell of a self motivator here's the nav anyway precision is important ok another time of course nothing at least onto the top enough point i hope mich zwar was der ring der soll hat mir aber hier ist keiner hier ist forschung und entwicklung panzerung was sollte ich bauen was war die was war die mission logbuch nee das suchen wir auch nicht fähigkeiten ja das müssen wir auch noch machen da stehe ich jetzt nicht das ist die karte bringt uns nicht weiter priorisierte mission jetzt haben wir es helios aufgaben nexus stations sabotage verbündete und beziehungen familiengeheimnisse der riders und verschollene archen das ist es auch nicht zusätzliche aufgaben hier ist es doch nexus kennenlernen cash kendra's addison und den wissenschaftlern sprechen ok herstellung der pathfine brust panzerung ok also forschung panzerung panzerung ist das n7 oder hyper guardian brustpanzer das ist hyper guardian das ist nicht ok und dann n7 vielleicht nicht ok den könnte ich auch nicht bauen oder ist hier noch etwas panzerung panzerung relikt na toll den könnte ich sogar bauen von den ressourcen her ne doch nicht ja auf jeden fall irgendwie gerade nicht drin ach so ich brauche ja nur bauen initiative brustpanzer passfinder brustpanzer aha aber da auch auch dafür haben wir keine teile dann lassen wir das halt erst mal so wir sind mal wieder am ende eines videos angekommen ich danke für eure aufmerksamkeit wir sehen uns beim nächsten mal wieder bis dahin habt viel spaß und schaut auch in meinen anderen videos bei bei